Herzlich Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 4. Heute machen wir mal eine Schlacht, die man auch aus Dynasty Warriors 5 Extreme Legends kennt, nämlich die Schlacht am Mai-Schloss. Wu gegen Shu. Wieder ein großer Kampf gegen Guanyu. Und ja, das schauen wir uns jetzt an. Auf einer sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Das ist die nächste Schlacht hier im freien Modus, die wir noch nicht gemacht haben, habe ich mich schon im Vorfeld informiert. Und die war hier, genau. Es gibt, glaube ich, noch drei oder vier Schlachten, die man machen muss. So, hier, die Schlacht am Mai-Schloss. Sun-Jians Truppen versus Guanyu-Struppen. Guanyu-Akositor wurde Mai-bezogen. Verlichte ihn. Das ist mal eine Ansage, ne? Blumenengen würde am meisten passen, aber den haben wir schon so oft genommen jetzt. Das lassen wir mal, deswegen gut sein. Ich glaube, es wird wieder Zeit für Joe Tai. Tatsächlich, wir nehmen nochmal Joe Tai. So, jetzt kann ich das Assassinen-Outfit mal nehmen. Yo, wie das aussieht, ey. Wie das aussieht, guck dir das an. Die sind relativ lang, ne? Diese Outfits. So, hätte Joe Tai-Dice-23 ausgesehen, oder was? Das wollte nie einer damit sagen. Ne, der süße Outfit macht. Sieht da aus wie ein motherfucking Assassin. So, das passt alles. Bin ich sehr mit zufrieden. Dann schauen wir uns an, was wir mal an müssen. Natürlich Guanyu besiegen. Sun-Jian darf nicht sterben. Bei den Gegnern haben wir sehr viele Offiziere, die Guanyu sehr treu sind, wie Guanyu sehr treu sind, wie Guanyu z.B. ist ein Allotivsohn. Zhou Zang, treuer Mitläufer, Guanyu's Ex-Gelbe Tour war Mitglied. Ui, 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 Peter Roth mit Guanyu gesehen, nur Jiang Wei passt hier irgendwie nicht rein. Mal gucken, ob Guan Su und Guan Yinping nicht, weil die gab's hier noch nicht. Und Guan Xing, aber ob die auch noch auftauchen. Bin ich sehr gespannt. Guanyu Meng ist natürlich am Start. Su Chek Siang, Sun Quan, Zhu Ran, oh Zhu Ran, Peter Feuerangriff am Start, oder was ist los? Bin sehr gespannt. Die Schlacht am Mai-Schloss. Ja, aber da ist übrigens 5 Extreme Legends. Sie ist schon ziemlich schwer. Eine sehr krasse Verteidigungsschlacht. Da kann man jetzt nur auf der Seite der Schuharmee spielen. Hier sind wir auf der Seite der Ruarmee, die Offensive. Was? Niohua holt Verstärkung? Das ist nicht gut. Was? Als ob. Wo ist der denn? Hier direkt. Jo, tatsächlich. Steh geblieben, Niohua. Ich muss mal zusehen, dass wir den jetzt beziehen. Ich brauche noch Verstärkung. Hallo? Wir kriegen jetzt zu viel des Guten, was? Boah mit ihr. Und das war's. Der holt keine Verstärkung mehr. Sorry, die Mörgel. Auf Wiedersehen. Diese letzte Hoffnung ist dahin. Tja. Das war's dann wohl, was? Ohne Verstärkung wird Ruan Yu hier fallen am Mai-Schloss. Keine Chance mehr. Dafür war's Tor. Los geht's. Ich bin wieder diese gigantische Burg, ne? Ich bin wieder am Schlachtfeld von Chang'ban. So. Sesam öffne dich. Mir ist zwar kein eingeladener Gast, aber ich bin hier drinnen. Ohne Verstärkung. Was? Das Burgteur ist wieder geschlossen, tatsächlich. Ich bin ja eingesperrt. Also, oh, was? Ich muss ja gerade öffnen. Wie kann das so jetzt schon beziehungsweise sein? Das Überfallgumann muss ich nur aus zwei Armbrust-Einheiten. Lächerlich. Und da muss ich schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Oh, jetzt kommt die ganze Offiziere auf mich zu. Oh mein Gott, nein. Nein, nein. Oh, nein. Das ist in der Fall. Man muss schützen. Und auch ein bisschen mehr als das. Auf dem Fährt können wir die ganze Offiziere. Ah, guck. Alle Überfall-Dudes gesiegt. So ist wieder offen. Jetzt sind wir hier nicht verloren. Jetzt kommen die Verbündungen auch noch rein. Nein, du. So was von. Bam! Let's go! Oh mein Gott. Was waren die denn jetzt hier alle? Irgendwann ist unsere Offizierin. Wir sind nicht. Irgendwann selbst kommt wahrscheinlich auch noch, oder? Ich glaube, ja. So, ist ein Sohn hier besiegen. Wuh-Bing. Tiefsohn. Wollen Sie sich auf hier? Nein. Okay. So, jetzt erst mal da die Stützpunkte einnehmen. Die Tore. Damit die nicht mehr fliehen können. Ja, bin ich sehr geschickt. Das macht mich auch geschickt gut. Ich hab mich geschickt, dich zu vernichten. Vor allem gut. Wir dürfen nicht zurückfallen. Ja, aber ich mach jetzt erst mal hier dieses Seitfest. Was ist hier nun? Wir verlassen die Burk. Wir müssen leben, um zu kämpfen. Wir sind schon alle voll angeknackst, ey. Wir verlassen die Burk? Nein. Das heißt, ich kann die Burk jetzt nicht hin. Wir haben hier Zugang abgeriegelt. Ah. Jetzt müssen wir gerade schnell da dieses Tor noch einnehmen. Oh, ist der schnell. Ja, kein Wunder. Er hat ja auch Red Hair. Das wird jetzt ein Race Against Time. Fuck. Fuck. Fuck, 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 Leute. Oh, in die Uhr erreicht der Fluchtpunkt. Das wird ein Race Against Time. Das ist auch schwer, ey. Oh, was. Der ist ja gleich schon da. So schnell kann ich den auch gar nicht ziehen. Doch. Kann ich. Stehen geblieben. Du an Yu, bist hier ja noch nicht weiter. Wie, feindliche Erstützung ist aufgetaucht. Will ich jetzt da oben fliehen, oder was? Ist das kein Fluchtpunkt mehr? Oh, Yu. Ich bin umrissiert. Wie, Fluchtrichtung geändert. Oh nein, das ist ja eine doofe Schlacht. Wieso verlieren wir, wenn er den Fluchtpunkt erreicht? Vielleicht da oben ist der Fluchtpunkt. Ich verstehe. Oh, Leute. Ich hasse sowas. Die Fluchtperson war ich noch nie mit dem. Ich schlag gar nicht mit dem Wiesen. Irgendwann ist tot? Was? Okay, der Pferdemusu ist echt amazing. Ist wirklich sehr stark. Aber wir werden nicht wanken. Oh, jetzt hör auf, Jun, Mann. Kämpfe. Immerhin haben wir schon mal Jungwei einfach so nebenbei abserviert. Oh, nicht schlecht, oder? Einfach so nebenbei abserviert. Tch. Wuan Yu, kommt von deinem hohen Ross. Hallo. Ich glaube, ich stimme. Mann, der ist viel zu schnell. Das ist doch voll bescheuert. Das ist viel zu schnell. So. Das war's. Ich möchte den Fluchtpunkt abriegeln. Sorry, du Model. Surrendert. Das wird immer wieder sehr knapp. Fuck, King. Das ist auch schon wieder auf dem Weg. Das ist geschafft. Na, ändert das schon wieder jetzt. Das ist der Fluchtpunkt. Irgendwann musst du mal in dem Gelände sein. Oh, nein. Nein. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein, Leute. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Fluchtpunkt ändern, Fluchtpunkt ändern, Fluchtpunkt ändern. Das geht mir so hart auf den Sack. Wuan Yu, du warst noch nie so feige wie in dieser Stage. So feige warst du wirklich noch nie. Jetzt reicht's mir. Ich will auch Red Hair haben. Ich glaube, ich spinne, ey. Das geht mir so hart auf den Sack. Jetzt ist halt viel zu schnell ein Fähr, ey. Vielleicht könnt ihr jetzt hier besiegen, aber wir wissen, was passiert, wenn wir alle Fluchtpunkte verabliert. Da bin ich einfach zu neugierig jetzt. Das muss ich jetzt herausfinden. Scho Zang. Ignorier dich. Wichtig ist, was zu tun. Wo ist jetzt genau der Fluchtpunkt? Da unten, wo? Okay. Das Wuan Yu hier ist. Das dauert auch ein bisschen. Oh, der letzte Fluchtpunkt wird abgeliefert. Wie ist hier fallen? Wuan Yu hier beim Maischloss. Aber ich gebe nicht auf. Was bedeutet? Träum weiter, Wuan Yu. Träum weiter. Stürmt direkt auf den Feind. Kommandantenzug. Jo, jetzt rastet er komplett aus. Richtig. Da hat Panzer im Recht. Das ist komplett auf sich allein gestellt. Da hat gar keinen mehr. Auf Scho Zang ist jetzt baden gegangen. Und wenn er jetzt wirklich zu Xinjiang einfach durchrushen möchte, dann viel Spaß dabei. Viel Spaß, viel Erfolg. Oh mein Gott. Ja, dieses Ablenkungsmanöver war es. Nein, was? Jetzt kommt Jack Faye auch noch? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Okay. Hier müssen wir natürlich jetzt auch noch besiegen. Okay, jetzt wird es natürlich nervig mit Jack Faye, Guanyu, Zheng Bao. Alle beisammen hier. Natürlich steigt das natürlich auch nochmal. Weil die Morale der Schuhtgruppen. Fügt die Bühne hier. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall. Weil die Morale der Truppen von Jack Faye ist doch viel zu hoch. Große Gefahr für die Verbündung hier. Ist kein Duell? Ja, schade. Ah, Alter. Die sind anders so sehr. Nur mal mein Leiche. Nein, das ist aber keine Aura der Spree gewesen. Das war ein einfacheres Jack Faye. Ich habe versagt. Ja, ich bin mir erhofft. Mehr erwartet auch. Du, 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 du. Du, 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 du. So, Guanyu. All deine Freunde, Verwandten und Kameraden wurden vernichtet. ist komplett auf dich allein gestellt wie fühlt sich das an niemand mehr ist komplett allein ich dachte er will jetzt einfach durch stürmen ja doch den stanz eingezogen was macht er nicht gerade krass erkennt bis zum schluss bleibt die welt auch anderes übrig alles abgebildet bisher weise ist in der burg noch ein fluchtpunkt aber der zählte einmal ist ein tor mitten in der burg ist wohl kein wichtiger fluchtpunkt ich habe nichts angrenzt so aber das jahr hat sagen dann rückt alle vor rückt vor macht ihn egal aus du bist du als kriegst du das haben wir jetzt noch oder in das auch sein red her leider keinen kritiker litt vor pahl ist er wieder nicht never lucky baby rage ich habe doch vor palken stufe 4 höher geht es nicht so gut es ist vorbei ich habe ein letztes gebet offizier besiegt was er immer für pose macht wenn er mit seinem super das ist ein schwert das wäre killstier gewesen er hat er gefreit ihn jetzt geslade ich habe unseren schwur gebrochen bruder sang fei bitte vergib mich vergib mich lebt wohl der historisch gesehen hat ihm die meng umgebracht denn er in eine alles entscheidenden duell gekillt das hat man hier leider nicht gesehen aber die meng war natürlich auch am start dieser stage naja joa war ganz cool nur ein bisschen stressig mit den fluchtpunkten das war das einzige was mich abgefuckt hat da musste ich ganz schnell hin da musste ich ganz schnell hin sonst hast du halt insta verloren er hat halt red hair erreicht diese punkte halt super schnell du weißt du ohne Pferd macht keine chance aus gut leute daumen hoch falls es euch gefallen hat falls nicht könnt ihr das video gerne favorisieren sonst sehen wir uns wieder beim nächsten mal bis dann und tschau und du Bis zum nächsten Mal.